Comeback-Hoffnungen. Florian Silbereisen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bald wieder vereint? Dieser Staat räumt von einer Reunion mit Florian Silbereisen. Erde an Florian Silbereisen, 42. Ex-Club 3-Kollege Christoph de Borle, 47, wünscht sich nichts ähnlicher als ein baldiges Band-Comeback. Club 3-Comeback in Sicht? Ex-Band-Kollege fläht Florian Silbereisen an. Seit 2019 ist Club 3-Geschichte. Obwohl sich das Trio nie offiziell aufgelöst hat, gehen Florian Silbereisen, Jan Smith, 38, und Christoph de Borle seit knapp fünf Jahren getrennte Wege. Belgier Christoph allerdings bekommt seine zwei Ex-Bandbros nicht aus dem Kopf, und aus dem Herzen. So wache er jeden Tag mit dem Gedanken auf, dass ich mit meinen beiden Jungs irgendwann wieder auf Tour gehe. Und abends schlafe ich ein und träume von unseren tollen Konzerten. Obwohl er nur noch Kontakt zu Jans mithabe und zwischen ihm und Schlagerschnuckel Florifunkstille herrsche, wolle er die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung nicht begraben, ganz im Gegenteil. So glaube er, solange die zwei ihre Band-Tattoos noch haben, weiter in ein Comeback. Florian, bitte melde dich, zitiert Merkur.de Christoph de Borle aus der aktuellen Kloser-Ausgabe. Ob Florian Silbereisen auf das Flehen seines einstigen Club 3-Kollegen reagieren wird? Wir werden sehen.